Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Lego Movie 2 mit mir, Demian. In der letzten Folge sind wir hierhin geflogen und haben ja eigentlich alles zerstört, aber das ist ja wieder alles neu gespawnt, glaube ich. Oder war ich noch nicht hier? Was bringt mir das eigentlich in diesem Auto? Die Sachen sind alle neu gespawnt. Boah, freue ich mich auf diese Lego-Teile. Ich hoffe, das ist alles besser gemacht hier mit dem Mitlesen. Aber wer weiß. Hallo, schnell. Hallo, magst du super schnelle Dinge? Nein. Wenn du glaubst, dass du so weit so schnell wie ich, dann beweise es mir und dann loskommt es schon. Ey, ich hätte mir auch ein Auto nehmen können, ne? Wow, das war super schnell. Ich glaube, du bist bereit für noch schnellere Ausforderungen. Ah, nee. Nein, nee. Weil, war ich eben schon da? Aber wie soll ich denn hier hochkommen? Achso, ich brauche hierfür brauche ich eine Kamera irgendwie. Dann machen wir hier noch die Lampe kaputt und reden dann mit dem. Ich bin gerade erst angekommen, hier ist ein Weg, den Black Dead. Nein, ich hasse es. Ey, wieso ist das so schnell? So, jetzt sind wir hier. Ja. 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 Ich habe ein Herz dazu, oder nicht? Mega geliebt. Hier komme ich hoch. Da ist noch was Neues, was man scannen kann. Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Super verlegt. Da oben ist ein Stein. Also, wo kam ich hoch? Da. Ach, hier muss ich lang. Aber hier sind doch noch Sachen, die ich kaputt machen kann. So, jetzt gehen wir hier lang. Meine Güte, ey. Was sind das denn für Dinge? Ja. 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 Ich muss hier meinen lieben Rauter wieder hinbauen. Um hier durchzukommen. Ich höre eine Truhe, das geht mir ja schon wieder auf den Sack. Auf den Sack. Jetzt könnte ich alles scannen, aber ich habe da keine Lust. So. Wo sind wir jetzt? Hier leuchtet was. Hier leuchtet was. Ein Stein. Nein. Und eine Kiste. Da oben ist auch noch eine. Und hier auch. Und hier auch. Aber hier kann man nicht hoch, ne? ist hier hinten was. Ist hier hinten was? Oh Mann, ich will nicht mit dem reden. Von Spawn hier nimmt man immer wieder neu. Was für Eier? Ah, die Eier. Das ist doch so ein Gloom. Ja, jetzt stürm ich hier nicht. Was ist denn ein Lila? Man nimmt das soll ja mal auf hier. Das hier kann ich wahrscheinlich noch nicht benutzen. Richtig. So, hier kann ich ein Trampolin hinbauen. Okay, da komme ich nicht hoch. Schal. Da habe ich jetzt hier alles. Hier ist ein Schatz. Boah, meine Nase juckt. Hier, die können aber zum Wachsen gebracht werden. So. Jetzt kommen wir hier hoch. Und dann müssen wir das Ding nochmal bauen. Jetzt kriegen wir diese Kiste. So, jetzt gehen wir einfach zurück. Hey, ich bin der Rex. Das ist das Weltraumabenteuer. Wie zu beziehe! So haben wir die sogenannte Legende Rex-Abenteuerweste getroffen. Zu seiner Geschichte später mehr. Wichtig ist, dass wir ihm helfen mussten, seine Raptoren-Kumpels zu befreien. So, und wo ist der andere? Ach du Kacke. Ach, der Kleine war das gar nicht. Also. So. 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 jetzt kann ich wenn du konstruktionen aus deiner sammlung platzieren sollst musst du dich an den baubereich halten ja ich weiß was wollen wir das hier bringen alles kann ich auch gar nicht alle bauen oder muss ich jetzt hier bauen ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Notfallausrüstung Achso doch, die kann ich bauen. Nur ich sehe den Sinn dahinter nicht, also scanne ich nicht mehr, glaube ich. Was probieren sie aus? Jetzt, da ich meinen Bruder zurück habe, sollten wir das Schiff wieder in Gang kriegen. In Gang kriegen, so. Diese Abenteuerfäuste von Rex sind ziemlich mächtig. Damit kannst du stabile Steine zertrümmern, so wie diese hier. Okay. Ja. Ja. Das war's. Hier ist eine Truhe. Und zwei Reliquien. So. Ist das unser Schiff? Da ist ja unser Schiff. Achso, wie war das denn noch hier? Schön, sie zu sehen. Ihr Schiff scheint festzustecken. Eventuell könnte es aber frei gerettet werden. Hier kriege ich die nicht kaputt. Wir werden wohl mehr Strom benötigen, um das Schiff wieder in Laufen zu bringen. Die Blackthron Allianz baut in der Nähe Kristall ab. Ein solcher Kristall wäre perfekt. Ich habe weiter hinten Eingang in die Gnose der Geronstation gesehen. Geht ihr dorthin um die... Trotz all unserer Mühen, ließ sich das Schiff kein Stück bewegen. Wenn wir hier weg wollten, mussten wir es reparieren. Jetzt nimmst du diese Scheiße doch mal auf. So. Also wohin? Dahin. Was sind das für Dinger hier? Hier ist eine Kamera? Radioaktive Zeug. So. Einsammeln. Hier noch. Da ist auch noch eine Kiste. Komm ich hier hoch? Bevor ich hier mal weiter mache, sage ich erstmal vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.